Nachdem seit dem Freitag letzter Woche die Stadtfestbühnen gut besucht waren, war die Wettervorhersage für Sonntag nicht so optimal. Es war deutlich kühler als an den Tagen zuvor und man musste sich auf den einen oder anderen Regenschauer einstellen. Was uns natürlich nicht davon abhielt, uns noch einmal auf den Weg zu machen. Los ging's bereits um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. Richtig in Bewegung wurden die Stadtfestbesucher vorwiegend die Kleinen dann ab 14 Uhr mit den Meta-Guilds aus Merane gebracht. Rockmusik für Kinder gab's dann mit Pelle Melle. Wer das Zwickauer Stadtfest kennt, der weiß, dass am letzten Tag immer Punkt 16 Uhr ein Schlagerstar auf der Kornmarktbühne steht. Letztes Jahr war es Sonja Liebing, die die Massen begeisterte. In diesem Jahr freuten sich ganz viele auf Daniela Alfinito. Insider wissen, dass Bernd Ullrich der Sänger der Amigos ihr Papa ist und Karl-Heinz Ullrich der Onkel. Damit hat die sympathische Künstlerin wohl beste musikalische Gene mit auf den Weg bekommen. Vor ihrem Auftritt sind wir mit der 52-Jährigen ins Gespräch gekommen. Es ist ja oft so, wenn Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, dann sei es immer die Tochter von. Aber ich glaube, du hast dich davon in den letzten Jahren losgelöst. Du hast deine Eigenständigkeit erreicht und machst dein eigenes Ding. Das ist richtig. Aber ich bin auch immer noch froh, dass ich meine Familie im Hintergrund habe. Aber ja gut, ich werde immer wieder verglichen mit Amigos. Das ist ganz klar. Das ist normal. Und das ist auch okay. Warum sollte ich das nicht? Ich bin stolz darauf, dass die Amigos, sage ich immer, meine Väter sind. Schlager ist ja ein bisschen so diese heile Welt. Aber ich glaube, in diesen Zeiten braucht man das. Die Menschen sind dünnhäutiger geworden. Corona hat uns alle geprägt. Und ich glaube, wenn du heute hier auf der Bühne diese Lebensfreude verkündest, gibst du den Menschen richtig was an die Hand. Das will ich hoffen. Weil ja, meine Texte, die sind alle aus dem Leben gegriffen. Die sind zum Teil auch autobiografisch. Und ich würde nie mit einem Ballermann-Hit irgendwie auf die Bühne gehen, weil das bin ich nicht. Ich habe was zu erzählen. Ich habe Geschichten zu erzählen. Was den Menschen auch alles widerfahren ist. Und da achte ich auch sehr, sehr drauf, dass die Menschen sich mit meinen Liedern identifizieren können. Deine Ziele. Was hast du noch für Wünsche? Dein großer Herzenswunsch. Mein großer Herzenswunsch ist, dass wir wirklich alle gesund bleiben. Und wenn ich jetzt irgendwie materiell mir was wünschen würde, würde mir spontan gar nichts einfallen. Weil ich bin glücklich, so wie es ist. Ich bin glücklich. Und ich sage immer wieder, wenn ich hier, ich sage, in den Osten komme, das ist meine zweite Heimat. Egal ob Dresden, Leipzig oder hier Zwickau. Ja, das ist meine zweite Heimat. Diese Menschen haben mich groß gemacht. Und diesen Menschen habe ich so, so viel zu verdanken. Und ich bin einfach nur glücklich, dass es diese Menschen gibt. Dann wünschen wir uns heute einen super Auftritt von dir. Ich glaube, Sie werden dich tragen, Sie werden dich feiern. Ich will es hoffen. Mittlerweile standen die überwiegend weiblichen Fans dicht gedrängt vor der Kornmarktbühne. Wir haben nachgefragt, was die Künstlerin so ausmacht. Ja, weil wir größte Fans sind von ihr. Super, da haben wir alle mit. Was macht diese Frau aus? Sie ist einfach toll, sie ist einfach sympathisch. Und sie ist einfach auf dem Boden geblieben, geht ihren Job noch nach und das ist einfach toll. Wie finden Sie diese Frau? Ich bin erst neu, ich will erst mal gucken. Also Sie lassen sich überraschen? Ja, ja, die haben mich mitgenommen und da bin ich mal mit. Dann schauen wir mal, danke. Ich schau mal. Was finden Sie an dieser Frau so toll? Eine sehr sympathische Frau. Schlicht und einfach, Natur, auch die Väter, auch ihren Vater. Sie spricht Ihnen aus dem Herzen. Ja, die singt einfach super, einfach real, alles einwandfrei. Und dann ging es scharf. Bereits bei den ersten Tönen hatte Daniela Alfinito das Publikum an der Kornmarktbühne für sich gewonnen. Ich weiß nicht, wie es ist. Einzelzeit. Ich komm nach Haus. Wenn jemand ist da rein. In ihren Liedern erzählt die Sängerin aus ihrem Leben, welches nicht immer leicht gewesen ist. Gleichzeitig macht sie aber auch Mut mit ihrer Musik und versprüht Lebensfreude. Und dann zieh ich meine Flutchen an. Und werde tanzen gehen. Wie meinen Kindern bin ich dabei. Ich kann machen, was ich will. Und dann zieh ich meine Flutchen an. Hör auf, 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 Fuß durch die Hand. Wie ein Leben, der nicht wiegegert. Wenn der Augen schau, schau. Während der Auftritt von Daniela Alfinito noch trocken über die Bühne ging, mussten die Zuschauer an der Hauptmarktbühne dann im Regen bei Stamping Feed ausharren. Wir pumpen nicht auf Wärme. Wir pumpen nicht auf Konditionen. Wir pumpen auf Masse, Freunde. Ich brauche euch jetzt. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. Lass einmal eine Party machen. Ja, schön, die Hüfte. Da war eine Party, boys. I say boom, boom, boom. Let me say yeah. Yeah, boom, boom. Let me say yeah. Dann klang dieses Jubiläumsstadtfest mit zwei Künstlerinnen aus, auf die sich viele gefreut haben. Davina, Michelle und Loy. Musik Am letzten Tag, der 20. Auflage des Zwickauer Stadtfestes, gab es dann noch ein erstes Fahrrad. Fazit. Gezählt wurden rund 120.000 Gäste an vier Tagen. Seitens der Mache war man sich einig, mit den vorhandenen Mitteln ein recht anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt zu haben. Seitens der Polizeibehörde sprach man von keinen größeren Vorfällen. Alles in allem haben die Zwickauer und Gäste friedlich gefeiert. Wie es um die Zufriedenheit der Händler und Gastronomen aussieht, darüber war noch nichts bekannt. Wie heißt es immer so schön, nach dem Fest ist vor dem Fest. Dann werden wir sehen, was die endgültige Auswertung bringt und wie man in die Planung für 2024 geht. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.